Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Windows Area. Mein Name ist Armin und wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erahnen konntet, zeige ich euch in diesem Video die wichtigsten Neuerungen des Windows 10 Mobile Creators Updates. Falls ihr mehr über das Update erfahren wollt und welche Geräte es erhalten werden, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich den entsprechenden Artikel verlinkt. So, fangen wir mal an. Als erstes gehen wir in die Einstellungen, denn dort hat sich eigentlich am meisten getan. So, fangen wir mal unter System Benachrichtigungen an. Und zwar finden wir hier schon die erste Neuerung direkt. Und zwar ist in der Liste jetzt Einstellungen gelistet. Was bedeutet, wir können jetzt endlich die Benachrichtigungen von den Einstellungen anpassen. Darunter gehören Benachrichtigungen für neue Handy Updates oder für den Stromsparmodus. Vorher konnte man die nicht anpassen. Sie waren halt immer, nach den Standardeinstellungen haben sie sich danach gerichtet. Aber jetzt kann man hier auch alles Personalisieren. Man kann sie auch komplett ausschalten. Man kann den Sound ändern. Man kann die Priorität ändern, so wie man das halt kennt. Und was auch neu ist, jetzt kann man auch Gruppenbenachrichtigungen von Apps einstellen. Zum Beispiel, es gibt halt mehrere Punkte bei den Einstellungen, wie Bildschirm, Blick, Akku, Datennutzung, Handy Updates, Hintergrund Apps. Und anstatt, dass ich nur die Einstellungen insgesamt jetzt deaktiviere, zum Beispiel, kann ich jetzt sagen, ja, ich möchte keine Benachrichtigungen mehr von Blick erhalten. Kann ich es einfach ausschalten und Blick wird mich nicht mehr stören. Aber ich kann weiterhin Benachrichtigungen über Handy Updates erhalten. Das unterstützt noch nicht sehr viele Apps. Ich habe gesehen, Wunderlist unterstützt das. Dort kann man wichtige Benachrichtigungen nochmal einzeln einstellen. Und wenn ich jetzt die Gruppenbenachrichtigungen antippe, dann sieht man, es sind die gewohnten Einstellungen wie normal. Außerdem gibt es einen neuen Standard-Benachrichtigungston für jede App, sowohl für Windows 8.1 Apps als auch für Windows 10 Apps. Vorher war das ja so, die 8.1 Apps hatten einen eigenen Ton, die 10 Apps hatten einen eigenen Ton. Und jetzt gibt es einen komplett neuen Ton für beide Plattformen und der ist jetzt gleich. Den spiele ich euch mal ab. So, das ist der neue Standard-Nachrichtenton, den jetzt jede App standardmäßig hat, außer wenn man es natürlich umstellt. Das wäre es auch schon für die Benachrichtigungseinstellungen. Gehen wir mal weiter. Und zwar zu den Bluetooth-Einstellungen, denn hier hat sich einiges getan. Als erstes, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, aber was neu hinzugekommen ist, ist die Unterstützung für neue Bluetooth-Schnittstellen, darunter GATT-Server, Bluetooth LE-Preferal und Bluetooth LE-Device Connectivity. Das bedeutet beispielsweise, dass man dank GATT jetzt auch die Benachrichtigungen vom Smartphone endlich korrekt mit Smartwatches synchronisieren kann. Aber man kann sich auch besser mit anderen Geräten verbinden. Man kann vielleicht von mehr Funktionen profitieren. Oder mit Geräten, wo es vorher Probleme gab, sollte es jetzt keine Probleme geben. Außerdem sieht man direkt, die Einstellungen sehen komplett anders aus. Und zwar, anstatt, dass es hier jetzt nur Bluetooth-Einstellungen sind, sind es jetzt allgemeine Geräte-Einstellungen. Also man sieht zum Beispiel, meine SD-Karte ist hier auch gelistet. Und nachdem ich mein Handy geupgradet habe, frisch, wurde hier auch zum Beispiel mein PC aufgelistet, mit dem ich mich einmal verbunden habe, um Continuum auszuprobieren. Die Liste ist jetzt leider viel leerer, weil irgendwie sind alle Geräte irgendwie weg. Aber natürlich werden auch die Bluetooth-Geräte hier gelistet, wie mein Bluetooth-Lautsprecher oder ein anderes Mobiltelefon. Hier kann man Bluetooth ein- oder ausschalten, wie man es ja kennt. Und wenn ich hier draufklicke, kann ich neue Geräte hinzufügen. Aber nicht nur Bluetooth-Geräte, sondern auch drahtlose Geräte. Das wäre jetzt über WLAN oder weitere Geräte. Zum Beispiel, wenn ich hier draufklicke, dann findet er auch ein Fernseher. Also das ist jetzt wirklich ein Geräte-Hub sozusagen für all meine Geräte, die ich mit meinem Handy verbinde. Was auch neu ist, was man hier unten sieht, das ist bei jeder Einstellung so. Und zwar unter jeder Einstellung befindet sich jetzt ein schneller Link, um Windows-Feedback einzureichen. Außerdem haben wir einen schnellen Link, um Hilfe anzufordern. Das öffnet eine Hilfe-Anfordern-App. Dann können wir den Windows-Live-Support aufrufen. Und wir haben verwandte Einstellungen, die zur Option passen. In dem Fall Sound-Einstellungen und Anzeigeeinstellungen. So, das wäre es dann mit Bluetooth. Gehen wir mal direkt weiter zu USB, denn hier ist eine neue Option dazu gekommen. Und zwar beenden sie Geräte, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um den Akkuverbrauch zu verringern. Ja, wenn ich mein Bildschirm ausschalte und zum Beispiel die Maus-Tastatur eingesteckt ist über USB, werden sie getrennt, um Akku zu sparen. Das ist eine neue Sache, die man optional deaktivieren kann. So, unter Netzwerk hatte ich auch was getan. Es gibt, also die Datennutzungseinstellungen haben neues UI bekommen. Das springt einem sofort ins Auge. Und zwar kann man jetzt auch einzeln ansehen, den Verbrauch von Mobilfunk und WLAN getrennt, auch wenn man kein Limit angegeben hat. Vorher musste man ja immer ein Limit angeben, um diese Liste hier zu sehen. Okay, das geht aber jetzt auch ohne Limit. Das bedeutet, jeder kann es sehen, auch wenn er kein Limit angeben möchte. Das ist ganz gut. Außerdem sieht das hier alles natürlich optisch viel besser aus, muss man sagen. Außerdem einige Leute, die eine APN hinterlegt haben, bei denen wurde das alles hier nicht korrekt angezeigt mit dem Mobilfunkzähler. Das sollte jetzt auch korrekt funktionieren. Aber sonst ist alles beim Alten geblieben, außer natürlich die frischere Optik, die wirklich mir sehr zusagt, muss ich sagen. Gehen wir mal weiter zu WLAN. Und zwar wurden die WLAN-Einstellungen jetzt endlich in die neuen Einstellungen übernommen. Damals waren es ja immer die Alten. Und es ähnelt sehr stark denen vom PC. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hardware-Eigenschaften anklicke, habe ich hier detaillierte Informationen über das Netzwerk, mit dem ich verbunden bin. Natürlich kann ich auch weiterhin meine bekannten Netzwerke verwalten. Das ist wie man, wie es gewohnt ist, nur eben in einem neuen Look. Und eine kleine Neuerung gibt es hier auch. In den zusätzlichen Einstellungen findet man jetzt hier alle WLAN- und Hotspot-Einstellungen. Und jetzt gibt es hier Unterstützung für Hotspot 2.0-Netzwerke. So, und das wäre es auch schon mit den neuen WLAN-Einstellungen. Unter Personalisierung verbirgt sich was Feines, und zwar unter Sperrbildschirm. Sehen wir jetzt, wir können zwei Bildschirm-Timeouts einstellen. Einmal Bildschirmspring nach, und wenn verbunden, erfolgt das Timeout für den externen Bildschirm nach. Und zwar hat das den Hintergrund, wenn man jetzt sein Handy mit Continuum verbindet, dann kann man sein Smartphone-Display jetzt auch ausschalten. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit Continuum verbunden bin, mein Handy-Display ausschalte, dann wurde zuvor immer die Verbindung getrennt, aber jetzt wird es einfach unabhängig weiter dargestellt. Vorher haben sich Leute mit schwarzen Bildern oder Apps geholfen, aber jetzt ist das im System integriert. Das ist ein sehr gutes Feature für Continuum-Nutzer. Vorher war eben das Smartphone-Display die ganze Zeit aktiviert. Das hat etwas Akku gezogen, und es könnte sein, dass sich Inhalte in den Bildschirm einbrennen bei langer Nutzung. Weitere Neuungen gibt es bei Bildschirmblick. Hier gibt es eine kleine Sache, und zwar kann man jetzt wieder beim Laden den Bildschirmblick ausschalten. Wenn ich mein Handy am Akku lade, dann wurde es bis jetzt immer angezeigt. Das fanden manche nicht so gut, und deswegen hat Microsoft jetzt die Option wieder hinzugefügt, dass man den Bildschirmblick beim Laden deaktivieren kann. Außerdem gibt es jetzt hier eine ganz neue Kategorie in den Einstellungen, die sind sich Apps, aber im Endeffekt verbirgt sich dahinter nichts Neues. Die drei alten bekannten Einstellungen, die vorher unter System waren, Apps für Websites, Offline-Karten und Apps und Features, sie sind jetzt in einer eigenen Kategorie. Unter Apps und Features hat sich was getan. Das konnte man vorher übrigens nur erreichen, unter System und Speicher navigiert, und dann sein Handyspeicher auswählt und dort Apps auswählt, und jetzt kann man es einfach so erreichen. Direkt für alle Laufwerke. Ich kann ja auch aussuchen, von wo die Apps angezeigt werden sollen, und ich kann sie nach Sortieren, nach Namen, Größe, wie man es schon kennt. Eine Sache ist dazugekommen, man kann endlich Apps zurücksetzen unter Windows Mobile. Hier sehe ich direkt, wie viel die App verbraucht, wie viele Daten verbraucht werden, und ich kann sie hier zurücksetzen, wenn ich mag. Das geht leider mit System-Apps nicht, deswegen sehen wir hier, diese Option ist ausgegraut, und mit alten 8.1 Apps funktioniert das auch nicht, zum Beispiel ASCOO oder Bad Pickies, Battery. Das sind alles Windows 8.1 Apps, und die kann ich leider nicht zurücksetzen. Diese Option existiert für diese Apps leider nicht, was am PC der Fall ist, unter Windows Mobile leider nicht. So, hier jetzt als Beispiel Instagram, sehe ich den Zurücksetzen-Button, der funktioniert, und ich könnte die App jetzt zurücksetzen, und hier steht auch direkt, alle App-Daten werden dabei gelöscht, auch Einstellungen und Anmeldeinformationen. Die App wird einfach so zurückgesetzt, so als hätte ich sie gerade frisch aus dem Windows Store runtergeladen, das erspart mir einfach den Umweg, falls die App nicht mehr richtig funktionieren sollte, dass ich sie nervig über den Windows Store neu installieren müsste. Und hier sehe ich auch, 90 MB App, 911 MB Daten, würde ich das jetzt zurücksetzen, würden die 911 MB komplett verschwinden. So, und das war es auch mit diesem Menüpunkt, das waren alle Neuerungen soweit hier. Gehen wir mal zum nächsten über direkt, und zwar Konten, Anmeldeoption. Direkt hat sich hier nichts getan, allerdings Windows Hello wurde verbessert. Die Iris von einem wird jetzt auf höhere Distanz schneller erkannt, und allgemein wurde der Prozess verschnellert. Es ist natürlich schwer, das jetzt zu zeigen, aber ich zeige euch einfach mal, wie schnell mein Handy entsperrt. Ja, das war, die Geschwindigkeit ist ein bisschen schneller als vorher, merkt man nicht allzu stark, aber vor allem bei der Entfernung merkt man das. Man kann einfach, man muss sein Handy nicht mehr so nah vor den Augen halten, damit das Handy einen erkennt. Das funktioniert von einer viel höheren Distanz jetzt, was sehr gut ist. So, die letzten Neuerungen befinden sich unter Update und Sicherheit, und zwar unter Handy-Update ist jetzt die Option dazu gekommen, weitere Benachrichtigungen anzeigen. Normalerweise hält man, bevor das Handy neu startet, eine Benachrichtigung. Hey, dein Handy wird gleich neu gestartet. Und wenn man diese Option jetzt aktiviert, dann erhält man viel mehr Benachrichtigungen mit Informationen, wann das Handy ungefähr neu gestartet wird. Man kriegt noch eine Erinnerung zugesteckt, falls das bald der Fall sein sollte und so weiter. Und unter Geräteverschlüsselung können wir jetzt hier auch unsere SD-Karte verschlüsseln, nicht nur unser Gerätespeicher. So, und das wäre es auch schon mit den Einstellungen. Unser Weg führt uns jetzt zu Microsoft Edge. Denn hier gibt es einige Neuerungen. Und zwar kann man jetzt mit Microsoft Edge E-Books lesen im E-Pub-Format. Und dafür suche ich mir jetzt einfach irgendeines aus von dieser Webseite, wo es gratis E-Books gibt. Hier kann ich E-Pub mit Bilder runterladen. Und wir sehen schon, wird geladen. Das ist jetzt von Microsoft Edge. So, jetzt hat er fertig geladen. Und so sieht das aus, wenn man E-Pub liest mit Microsoft Edge. Und indem ich nach links und rechts scrolle, kann ich zwischen die Seiten blättern. Ich habe hier ein Inhaltsverzeichnis, wo ich schnell zu bestimmten Kapiteln sprengen kann. Hier kann ich meine Lesezeichen verwalten, die ich hier hinzufügen kann. Jetzt sehe ich, ich habe hier ein Lesezeichen hinzugefügt. Kann es auch löschen, wenn ich mag. Ich kann hier nach Wörtern suchen. Man kann jetzt übrigens auch PDF-Dateien nach Wörtern durchsuchen. Das ist auch eine Neuerung. Ich kann den Stil anpassen, wie das angezeigt wird. Zum Beispiel die Textgröße. Ich kann den Abstand vom Text ändern. Die Schriftart kann ich sogar ändern. Zum Beispiel Time Story Roman gefällt mir jetzt nicht so. Kann ich lieber Calibri nehmen. Und es sieht viel angenehmer aus zu lesen. Ich kann noch das Design ändern. Dunkel ist ziemlich gut fürs Lesen. Hier unten habe ich eine Progressleiste. Die kann ich einstellen, wo ich gerade im Buch bin. Nach einer Prozentanzahl. Und ich kann mir das Buch auch vorlesen lassen. Nehme ich hier drauf tippe. Man hört. Ich kann es. Er liest es gerade vor. Ich kann die Geschwindigkeit auswählen. Ich kann auch die Stimme auswählen. Zum Beispiel jetzt die deutsche Stimme. Ja, so klingt es, wenn Deutsche Englisch reden. Ich kann es auch langsam machen. Ja, falls ich etwas Denkzeit brauche. So. Das ist ziemlich gut geworden mit den E-Books. Aber das war nicht die einzige Neuerung. Gehen wir mal auf Windows-Area.de. So, eine weitere Neuerung, die Microsoft hinzugefügt hat, ist unter Teilen. Kann ich jetzt Cortana auswählen. Und ich kann jetzt für die Webseite eine Erinnerung erstellen lassen. So, dann kann ich jetzt sagen, Cortana erinnere mich morgen dran, diesen Artikel zu lesen oder wenn ich mit jemandem rede, erinnere mich dann, ihn den Link zu schicken und so weiter. Also, ich kann einfache Cortana-Erinnerungen mit Webseitenlinks erstellen. Außerdem kann ich jetzt auf jeder Webseite zoomen, bis zu 500 Prozent, wie es bei anderen Browsern üblich ist. Aber dafür wird halt unter erleichterte Bedienung die Textgröße jetzt ignoriert, die vorher immer Darstellungsfehler verursacht hat. Deswegen, wenn man jetzt in erleichterte Bedienung den Text höher gestellt hat, dann bleibt er im Internetbrowser gleich. Einfach aus dem Grund, dass man jetzt selber zoomen kann, wie es für einen passt. Und damit werden Darstellungsfehler umgangen. Die nächste Neuerung ist, dass jetzt beim Download von Dateien mehr Informationen angezeigt werden. Okay, das war jetzt ein bisschen unoptimal, dass es so schnell durchlief. Aber ich kann es euch nochmal einblenden im Videoschnitt. Und zwar kann ich jetzt sehen, in welcher Netzwerkgeschwindigkeit die Datei heruntergeladen wird. Außerdem wird die verbleibende Zeit auch dargestellt. So, das waren eigentlich die wichtigsten Neuerungen, die ich euch jetzt zeigen konnte. Smileys werden jetzt auch auf Webseiten korrekt dargestellt. Und ja, das war es jetzt für Microsoft Edge. Es gibt ein paar Erneuerungen bei der Tastatur. Um diese zu zeigen, öffne ich mal die Windows Area App, die ihr euch im Windows Store herunterladen könnt. Mit der App bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn es um Windows geht. Ich öffne einfach mal einen beliebigen Artikel und fange an, den Kommentar zu schreiben. Und zwar kann man jetzt Wörter aus der Tastatur entfernen. Zum Beispiel, gut. Wenn ich das Wort jetzt markiere, sehe ich direkt, es wird mir hier mit einem Minus davor angezeigt. Und wenn ich da drauf tippe, dann wird das Wort aus meinem Wörterbuch entfernt. Falls ich also mal aus Versehen ein Wort hinzugefügt habe oder die Tastatur ein falsches Wort gelernt hat, kann ich es einfach wieder entfernen. So, doesn't. Wenn ich jetzt ein Wort eingebe, was korrigiert wird, wieder zurückgehe, dann wird mir hier direkt angezeigt, welches Wort ich ursprünglich angegeben habe. Also, doesn't ohne das Zeichen. Und wenn ich darauf tippe, dann wird das jetzt zum Wörterbuch hinzugefügt. Und nächstes Mal, wenn ich das so eingebe, wird es nicht korrigiert. Also, man kann jetzt die Korrektur umgehen, indem man das Wort antippt, was man ursprünglich eingegeben hat, welches jetzt angezeigt wird. Und jetzt, wenn ich das natürlich wieder aus Versehen gespeichert habe oder nur aus Demo-Zwecken, kann ich jetzt wieder aus meinem Wörterbuch entfernen. Und jetzt wird er mir auch wieder doesn't vorschlagen. Und es ist wie gehabt. So, das war es auch mit der Tastatur. Die nächsten Neuerungen gibt es bei Cortana. Und zwar merkt man direkt, der Hintergrund ist schwarz, was viel besser zu Windows Mobile passt. Vorher war das ein Grau. Ähm, außerdem kann man Erinnerungen jetzt wiederholen lassen. Zum Beispiel, also hier, kann ich jetzt auswählen, dass es täglich wiederholt werden soll. Jeden Sonntag, jeden Montag. Aber auch jeden Monat oder jedes Jahr. Wodurch man zum Beispiel, ähm, Jubiläen, sich an Jubiläen erinnern lassen. Was ich euch jetzt nicht zeigen kann, da es nur für Menschen im US-sprachigen Raum verfügbar ist. Ähm, Cortana kann jetzt Musik von mehr Apps steuern. Zum Beispiel von Radio-Apps wie TuneIn. Da kann man einfach per Befehl nachfragen. Hey, Cortana, welcher Titel wird gerade abgespielt? Außerdem kann man, ähm, die Lautstärke einstellen. Ähm, zum Beispiel erhöhe die Lautstärke. Sie sagt jetzt in der deutschen Version, versuch es da, ein zukünftiges Update. Aber in der englischen Version wird sie jetzt die Lautstärke, ähm, höher machen, wenn man in den USA lebt. Außerdem unterstützt Cortana jetzt weitermachen, wo man zuletzt aufgehört hat. Zum Beispiel, ähm, auf einem anderen Handy oder auf dem Computer, auf meinem Surface. Wenn ich da Dateien bearbeite, die ich in der Cloud abgespeichert habe oder wenn ich da im Microsoft Edge Tabs offen habe, dann wird mir hier eine Karte angezeigt werden mit den, äh, geöffneten Webseiten oder Dokumenten. Und wenn ich da drauf tippe, kann ich auf meinem Handy direkt weiterarbeiten, ohne jetzt umständlich, ähm, das Dokument suchen zu müssen oder bei Microsoft Edge suchen zu müssen. Aber was auch nicht in Deutschland verfügbar ist, sondern auch nur in den USA, ist ein E-Box Store. Und zwar im Windows Store gibt es jetzt eine neue Kategorie Bücher und von da kann man Bücher kaufen und sie lesen mit Microsoft Edge. Auch das gibt es leider nur in den USA. Aber es gibt trotzdem noch zwei, äh, größere Dinge, die ich euch zeigen kann. Und zwar als erstes die 3D Viewer App. Ähm, es gibt leider kein Paint 3D für Mobile. Es gibt auch noch, immer noch nicht die Scanner App, aber dafür View 3D. Ich öffne einfach mal eine Datei drinnen. So, zum Beispiel diesen Donut. Den habe ich mir von Remix 3D runtergeladen, in Paint 3D gepackt und dann als 3D Objekt exportiert, auf mein Handy gezogen. Ähm, und kann es jetzt mit dem 3D Viewer betrachten. Ich kann zoomen, ich kann die, ähm, Richtung ändern. Ich kann, äh, zurück zur normalen Position zurückkehren. Hier kann, äh, habe ich die Möglichkeit nochmal zu zoomen per Balken. Hier kann ich eine automatische langsam, äh, Rotation aktivieren. Und hier habe ich halt noch Tipps, ähm, für die, äh, Eingabe. Zum Beispiel Zoom, Schwenken, Umkreisen und so weiter. Hauptsache man kann jetzt 3D Objekte betrachten. Wer wollte das nicht? Und was man auch jetzt betrachten kann, sind 360 Grad Videos. Ähm. Diese API steht im Miklern hier zur Verfügung. Ähm, hier in der Filme- und TV-App, habe ich, äh, hat man direkt ein paar Beispielvideos unter Erkunden hier. Ich tippe einfach mal, ähm, das hier an. Ich mache mal den Ton aus erstmal. Das ist der, äh, Standard-Video-Player, wie wir den kennen. So, zum Ändern drehen. Ähm, damit kann ich, äh, ausschalten, dass ich, äh, wenn ich mein Handy drehe, kann ich nämlich hier mich auch im Video bewegen. Zum Beispiel, ich neige mein Handy jetzt, äh, nach rechts, dann gucke ich nach rechts. Kann ich hoch gucken, ich kann runter gucken, ich kann nach links gucken, ohne den Touchscreen berühren zu müssen. Ihr seht ja, da kommen keine Punkte von meinen Fingern. Ich mache das gerade mit der Rotation von meinem Handy. Aber natürlich kann ich auch meine Finger benutzen, äh, falls mir das angenehmer ist. Und dann kann ich auch zum Ändern drehen, kann hier ausmachen, dann wird die Rotation ignoriert von mir. Das wurde ganz gut implementiert. Ähm. Ähm, eine universelle App unterstützt das schon, nicht, ähm, toll. Nämlich MyTube. Wenn ich hier mal nach 360 Grad Video suche. So, hier kann ich auch wieder mein Handy bewegen, damit sich auch die Sicht im Video ändert. Aber natürlich kann ich auch meinen Finger benutzen. So, das ist jetzt die MyTube Beta, die unterstützt das. Ähm, die normale Version unterstützt das noch nicht. Auch wenn das Video pausiert ist, kann ich mich auch, ähm, drehen. Ich kann natürlich auch in ein Vollbild gehen. Ich kann mir zum Beispiel das, ähm, Standbild jetzt in 360 Grad betrachten. Das war das Windows 10 Creators Update für Windows 10 Mobile. Wie gesagt, alle weiteren relevanten Informationen findet ihr auf Windows-Area.de. Der entsprechende Artikel ist in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr euch für Windows interessiert, könnt ihr aber auch ein Abo da lassen auf unseren Kanal. Hier werdet ihr zwischendurch weitere Videos über Windows, ähm, sehen. Auch über Windows 10 Mobile. Wir werden auch die nächsten Updates zeigen und so weiter. Ähm, das wäre sehr nett und das war's auch schon. Ich verabschiede mich jetzt. Vielen Dank fürs, ähm, Zuschauen. Auf Wiedersehen.